Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 3. Wir sind immer noch unterwegs mit Carlos und müssen ein Gegenmittel für Jill suchen. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen das Krankenhaus erkundet, mehr zaghaft als sonst. Und wir haben jetzt den Umkleideschlüssel bekommen. Warte mal, stehen die Kameraden jetzt hier auf? Ach, ich trau denen nicht. Ich probier mal. Bestimmt, wenn ich wieder rauskomme, stehen die auf. Ich sache es euch. So, benutzen. Huch, warte. Den können wir doch jetzt wegschmeißen, gell? Jawoll. Pack mal weg. Alter, er hat seinen Soll erfüllt. So. Hier liegen Klamotten rum. Okay. Hier fällt doch bestimmt irgendwo einer raus, oder? Oh, Blindgranate. Sehr gut. Nee. Ah! Hab ich nicht gesagt! Alter! Boah, ich seh nix. Ah, Gott. So, jetzt haben wir die Schlüsselkarte. Sehr gut. Ah, mich wundert's, dass die nicht aufstehen. Dass die irgendwie getriggert sind. Aber warte. Ich hab ein ganz anderes, ungutes Gefühl. Weil da oben grad diese drei Pünktchen waren. Das ist für mich immer so dieses automatische Speichern, was da mit drin ist. Und, äh, dass irgendwas getriggert worden ist. Hab ich's nicht gesagt. Ah, fuck. Ah! Alter, mach dich weg! Ah, schreie nicht so rum. Ah! Ah, halt, warte, warte. So nix, so nix, so nix, so nix. Stirb! Alter, nein! Oh! Fuck! Ach du scheiße, die hab ich gemeint. Das sind die mit dem One-Hit. Alter! Die verfluchten Hunter. So, das wird ein Desaster, sag ich euch, Freunde. Ah, kacke. Warte mal, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Warum hab ich eigentlich hier nichts ausgerüstet? Gut. Hammer ausgerüstet. Vielleicht hilft das hier ein bisschen. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Oh, ich hasse Hunter. Die sind so mies. Oh, oh. Halt, warte. Warte, ich drück doch die ganze Zeit auf Ausweiten. Geh weg. Oh, drei Magazine. Oh, warte mal, wie geht's mir? Gesund. Oh, ich muss dich leider verwenden. Oh, die sind so brutal stark. Ich hasse diese Viecher. Ich weiß gar nicht, wo deren Schwachstelle ist. Oh, Mann. Darf ich nochmal speichern? Ich würde gerne nochmal speichern. Lass mich rein da. Das ist der einzige Vorteil, dass man hier auf hat, wenn er verzichtet hat. Obwohl ich das ein bisschen kritisierte. 27 Mal. Ich sag euch, wir werden über 50 Mal speichern. Das liegt aber daran, weil ich so ein Schisser bin. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Warte mal, da waren wir jetzt drin. Wir brauchen... Oh, ich habe ein bisschen Panik vor diesen Azis. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass da gleich was kommt. Kurz auf die Karte. Kurz in Sicherheit wiegen. Okay. Das Schwesternzimmer. Da waren wir noch gar nicht drin, gell? Achso, das ist der... Ja, das war der... Sag es mal schnell. Der spinnt. Den nur Jill öffnen kann. Okay. Halt, was ist mit dir? Halt, wer da? Okay, der ist nicht mehr. Das freut mich. Weil das hört sich nach Zombies an, gell? Das hört sich nach Zombies an. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Kann er hier drüber springen? Natürlich nicht. Ist er aber hier? Okay. war ja klar. Ach, daneben, daneben, daneben. Hey, 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 bleib weg, bleib weg, bleib weg. Wo kommt denn die her? Oh, fuck. Die brauchen zu viel Muni. Geh weg. Was ist mit dir? Wer bist du denn? Eddie Murphy? Nein, oder? Halt. Zack. Ich soll aufhören, irgendwie die Zombies mit Schauspielern zu vergleichen. Kann das sein? Einmal komplett durchgehen hier, die Bagage. Warte mal, du bist auch noch nicht ganz fit. So. Jetzt aber. Wow. 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 So. Dahinter ist keiner mehr, ne? Nee. So, mal kurz auf die Karte gucken. Wo komme ich denn da rein? Das ist ein und derselbe Raum. Okay. Der Tresor. Nachladen ist am besten. Ach. Ist nicht wahr. Im Mülleimer, echt? Hat er. Hör. Da ist ein Kraut. Das ist sehr gut. Du bist schon so verdächtig. Halt, den hätte ich doch treffen müssen. Jetzt aber. Man muss nur öfters zustechen. Dann sind die auch hinüber. Okay. Ah. Du bist auch schon so verdächtig. Ob das was hilft, wenn man da so ein bisschen vorarbeitet? Ich weiß es gar nicht. So. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Da muss irgendwo noch was sein, oder? Sonst würde man doch nicht hier reinkommen. Map. Jo. Haben wir gecleant. Da ist aber nichts weiter mehr. Wie schaut es allgemein aus? Ah. Okay. Okay. Hm. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal. Warte, ich gucke nochmal ein bisschen rum. Nicht, dass da noch irgendwo was liegt. Was wir aus der Hektik oder Maifer des Gefechts übersehen hätten. Hier ist aber ein Tresor. So. Schauen wir mal. Geht. Wo kommen wir da hin? Ich habe Angst. Ah. Guckt euch das an. Oh. Wir können so froh sein, dass die nicht durch die Scheiben springen. Oh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich würde davor lieber nochmal speichern, ganz ehrlich. Warte mal, ich komme doch da jetzt glaube ich auch hin, oder? Ja. Ja, so ungefähr, ne? Warte mal. Halt. Nein, 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 nein. Halt, du blöde Kuh. So war das nicht gemeint. Du Affenarsch. Zwei Schuss. Warte mal, ich bin hier schon wieder übelst am Rumkrebsen. Ist das denn die Möglichkeit? Ah, meine Herren. Ja, jetzt weiß ich auch, warum man den Goa Factor ein bisschen rausgenommen hat. Warte, bevor ich da reingehe, mache ich hier nochmal auf. Und schaue da auch nochmal durch. Jetzt sind wir doch glaube ich auf der anderen Seite. Ne, wo sind wir denn? Oh, ich werde am liebsten nochmal speichern. Ich sage es euch so, wie es ist. Und das mache ich auch. Was habe ich denn alles dabei? Da, 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 da. Ich bin nicht gesund, ne? Mann, 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 Mann. So. So, einmal hier. Oh, ich kriege ich jetzt so auf die Fresse. Ich sage es euch. Habe ich hier alles rausgeholt? Ne, in der Wäscherkammer könnte noch irgendwo was rumliegen. Da ist nix mehr. Da ist auch nix mehr. Aber hier war noch diese... Hier kann ich nix aus den Spenden rausholen. Ah, hier. Munition. Und eben noch ein Spend, wo man nicht rankommt. Weil der abgeschlossen ist mit einem Schloss, was nur die Jill öffnen kann. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, du Arsch. Oh, der ist gleich hinüber. Hey, lad halt nach. Du Depp, nein. Nein. Uh. Lad halt nach, du Depp. Ah. Servus. Huh. 14 Schuss nur noch. Alter, und da ist noch einer drinne. Wie soll ich denn das machen? Mit dem Messer? Ha. Ich weiß es nicht. Wie arg sind wir denn verletzt? Ich nutze mal ein Kräuterle. Scheiße. Oh, und die Hälfte daneben, gell? So. 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 Du Depp. Boah, das wird ein Fight. Warte, warte, heilen, heilen. Die Chance muss er mir wenigstens noch geben, oder? Und ausrüsten. Oh, nein, nein, nein. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob man das hört, wie oft ich da auf diese Leertasse drücke. Nein. Ah, schade, Leute. Ach Gott. Ja, gut. Dann lassen wir das mit dem Part auch. Weil ich habe festgestellt, ich habe zu viel Munition verbraucht. Scheiße. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bei Resident Evil 3, dem Remake. Ich werde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bin erstmal raus. Ciao. Macht's es gut. Jill, hier! Over here!